Die ersten Vorboten des Frühlings sind die Schneeglöckchen. Die Schneeglöckchen und die Weidenkätzchen. Jedes Jahr halte ich nach ihnen Ausschau und ich freue mich immer sehr, wenn ich sie sehe. Dann weiß ich, der Frühling ist nicht mehr fern. Nach den Schneeglöckchen kommen dann die Krokusse aus dem Boden. Sie bringen wieder Farbe in die vom Winter graue Welt. Danach wetteifern Osterglocken und Tulpen darum, das Auge zu erfreuen. Und wenn man die ersten Zugvögel zurückkehren sieht, dann weiß man, jetzt haben wir das Schlimmste überstanden. Bald blühen die Obstbäume. Es schwirrt und summt. Wir gehen in den Garten graben und hacken und säen und pflanzen. Denn jetzt ist die Zeit. Alles wächst und grünt. Bald ist es warm genug, ein wenig in der Sonne zu sitzen und die Wärme auf der Haut erfreut die Seele. Freust du dich auch immer auf den Frühling? Hinterlasse doch einen Kommentar und erzähle darüber. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du den Kanal abonnierst. Bis bald! Bis bald!